Ich bin der Rizorios, ich mache meine Ausbildung als Informatiker Systemtechnik, bin im zweiten Lehrjahr. Meine Hauptaufgaben sind im Serverraum schauen, dass alles rund läuft, wenn nötig switches, vom einen Rack ins andere Zeugeln und falls es Probleme gibt, von meinem Arbeitsplatz aus wie auf fernwartung darauf zu ergreifen. Mein Name ist Inka, ich bin im zweiten Lehrjahr als Kauffrau bei ERZ und habe den Sommer in der Abteilung Finanzen gestartet. Zu meinen Hauptaufgaben gehören das Rechnungen zu kontrollieren und zu buchen. Ich habe per E-Mail oder per Telefon Kontakt mit anderen Menschen. Es ist wichtig, dass wir alles ordentlich ablegen, darum ich Dokumente archiviere und einordne. Ich kopiere viel oder habe einen Scanauftrag. Damit wir im Team uns gut austauschen können, haben wir immer wieder Sitzungen, die mir einander erzählen, wo wir stehen, was für Aufgaben anstehen und wo wir uns auf dem Laufenden halten. Das ist wichtig, dass wir uns auf dem Laufenden halten. Das ist wichtig, dass wir uns auf dem Laufenden halten. Das ist wichtig, dass wir uns auf dem Laufenden halten. Das ist wichtig, dass wir uns auf dem Laufenden halten.